Unser Forschungsfahrzeug ist in der Form der erste autonome Versuchsträger in Österreich. Eine Veranstaltung zum Thema automatisiertes Fahren, sicherlich ein Zukunftsthema. Viele Entwickler und Entwicklungseinrichtungen beschäftigen sich mit dem Thema und es ist besonders erfreulich, dass hier auch viele österreichische Firmen und Institutionen dabei sind. Wir sind hier, um unser ADAS-Kit, unser Autonomous Driving Kit, in conjunction mit einem unserer Partnern, Virtual Vehicle Technology. Auch wir im virtuellen Fahrzeug haben die Zeichen der Zeit erkannt und beschäftigen uns seit mehreren Jahren bereits mit dem Thema Autonomous Driving, sowohl in der Simulation, in der Embedded Software als auch in der Hardware. Wie geht es um die Veranstaltung? Von meinen Conversations mit dem Virtual Vehicle Research Centre team, they work with lots and lots of OEMs, car manufacturers and other people in the supply chain and other research organisations looking at different ways to develop intelligent mobility, connected vehicles and, with this example, the automated future of cars. This is a very exciting time for the automotive industry. Mit unserem Versuchsträger beantworten wir aktuelle Fragestellungen aus Forschung und Entwicklung. Es ist wirklich eine globale Industrie und ein globales Markt. Bei Austria gibt es ein wirklich vibrant Start-up-Ecosystem. Es gibt einige große Universitäten. Nach der Elektromobilität ist jetzt Autonomous Driving das nächste große Ding, der nächste große Ding. Enkel